Hi, wir sind die drei Biber aus Köln, Ed, Hobbit, Cassie und die Wunny. Genau, und was machen wir? Ja, was machen wir? Mystery, Esoterik, Magie, Backen, Kochen. Ich hab das so bescheuert. Ja gut, und weiter aus. Richtig, lach dich aus. Ja, perfekt. Lach dich aus, ja. Ich bin der Fall, aber nicht du. Mode, Unternehmung, Unternehmung, Natur, 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 Natur. Okay, das war's, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschaui. Tschüss. Ja, okay.